ich habe alles gemacht der Bande er hat er hat er gehört aber auch noch er hat er hat 4 sie dass sie das Leben klick und er hat er geblieben so und möglich die Worte Stolz kann das muss das was hier ist ein fundament im weg und jetzt springt meins da mal rüber so jetzt habe ich es aber aufgesammelt weil dank deiner mord kann ich das ja wie gesagt also die gäbe jetzt scheinen wieder ja gefällt mir gut ich hab noch keine kisten irgendwo gesehen wie doof ja mal kommen außer frage da steht hier nichts für die diskussion so wo waren die jetzt wieder aero drauf ok alles klar immer den schrott da weg ich kann hier nicht bauen ruhe öffnen langschwert die kiss leder das ist sehr gut ja ja die lute mal ruhig ein bisschen das gefällt mir gut guten tag guten tag ja ich bin der turist er hat er hat wie geht's ihnen die kürze guten tag ich bin durch die schüttel aber dann soll ich ja mal in der kraft nur mehr was sollte frühzeitig auslossen klin was doch wohl los jungen ihr habt ist denn was haben wir denn da schlitter kristall glas ok nicht auch mögen Nehmen wir auch mit. Ah, jetzt bin ich da am Anfang. Wo wir rein sind. Okay. Ich hatte doch... Nö. Doch? Nö. Aber sowas von. Na, warte. Du bist deine Stufe aufgestiegen, weil ich von oben hochgesprummelt bin. Oh, oh. Na hoch. Wo ist er los? Ich meine, ich hab ein Fahrstuhl gebaut. Habe ja auch. Ich bin ja so gut. Ja, ich dachte ja, wir könnten beim Archivar vielleicht irgendwie bauen. Aber nö. Haut nicht hin. Wir finden noch einen Weg. So, wo hast du gesagt, ist das mit der Rüstung irgendwo eine Turbahn? Ja, auf dem Häuserdach. Ist so ein kleiner Ständer, nur ganz klein. Okay. Ich muss sie das mal aus dem Wasser raus, aber ich bin irgendwie ins Wasser gesprungen. Und da ist ein Turbahn. Das ist typischer Koch. Okay. Ah, Kühlung. Okay, mal auffühlen. Guten Tag. Wer sind Sie? Oh. Äh. Herumtreiber. Guten Tag. Nennen sie dich Herumtreiber? Äh, jo. Echt? Na, 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 na. Das war schon wieder außerhalb von der Safe Zone. Ach so. Aha. Keine gute Idee. Sehr nett. Was sind Sie? Oh, ich hau den Aufzug. Koch. Ist mir egal. Noch, ja. Mhm. Ja, ich kletter da immer über die Wand fackeln. Tut gar nicht mehr so. Oh, gleich fällt sie runter. Wieso kann ich hier nicht hochklettern? Dann weiß ich nicht mehr schon. Das weiß ich auch nicht so genau. So. Dann sollte ich aber die erst wieder an der Backe. Ja. Ich dachte, ich kann nicht hochklettern. Kann ich auch. Das dauert nur sechs Mal. Sechs pro Jahr. So haut ab, ihr Geier. Und Federn und Federn und ein paar Federn. Und Federn noch. Also noch. Obwohl, er seitens von der Stadt ist das eigentlich. Hast du gesagt, was? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Irgendwo da. Ah, okay. So. Aber ich stippe mal da, wo beworben wird. Hm, hm. Hm, hm. Nö. 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 Echt nicht. Ey, spinnt der. Ich sehe übrigens der Leiche. Hm. Hm. Kannst mich ja rechnen. Wieso denn nicht? Hm. Bestimmt wie ein Kumpel. Hm. Das geht ja mal gar nicht hier, Junge. Alter, das ist sehr, sehr. Also sowas unfrengt. Sehr, ja. Also was ich auch sage. Also man kommt als netter Tourist. Und du kriegst mal den mal aufs Maul aus. Genau. Und ich krieg hier auf die Fresse und du rächst mich nicht mal. Das wäre ja auch nicht so gut. Oh, ja. Ich lege mal zu. Hey, das soll doch nicht. Oh, ja. Snap doch nicht. Dort drüben, wo man jetzt schon muss hast. Ich müsste eigentlich da hoch. Ich frage mich, ob ich wieder hochkomme. Hm hm. Ich frage mich, ob ich wieder hochkomme. Das geht nicht. Hm hm. So ist liege ich unten. Und dann bin ich gleich wieder mal da. Weil da unten ist ja die netten Tour. Ja, von um zu. Oh, die Stadt ist ja. Alter, die ist ja riesengroß. Die geht hier da hinten aus. Ja, noch. nur das problem was wieder sieht ist wahrscheinlich ist wahrscheinlich wenn du aus der stadt hausse gehst aus der safe zone greift die wahrscheinlich alles an okay du brauchst du erscheint schon darauf wieso kann ich den nicht wieder aufnehmen es geht nicht der aufzug der ist beschädigt warum ist der aufzug beschädigt ich habe nicht meine waffe gezogen ja dann muss ich ihn leider niederwälzen aber dann komme ich ja nicht mehr runter warte dann machen wir es anders erst unter neuen baum okay okay die hose und die handschuhe das kommt schon mal gut okay da drüben ist noch kiste das sind relativ uncoole leute manchmal ach so was brauchte ich hier noch für den ach so ich kann noch herstellen sehr gut machen wir mal ich hoffe das geht sich aus ich hoffe immer nur so gut wie den spieler ja ja stimmt schon guten Tag ja schön dass du da bist um 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 pvp aktivieren und dann würde ich in der Wiener so schicken das Schwert geht so nicht um ich muss dann mal los ich hätte sie die ganzen Hühnen am Hintern ja so von wegen äh mal aus dem Tribe rauskommt ja so rauskicken ja ok haha ich hab neun neun Goldmünzen gefunden oh schön mitnehmen auf jeden Fall 3 Goldbarren die bräuchtest du die Münzen zum Beispiel für IT ja auch auch aber damit kann man Rocknose Eier kaufen ok bringen die was ja wenn du die nur mit Goldstaub fütterst kann es durchaus sein dass du eine Rocknose erhältst die Gold produziert ja cool ja oder ok ich sehe da noch eine Kiste aber das ist ziemlich weit und ich weiß nicht ob den Rettel unten oder so ja äh äh ich weiß wenn wir draufgehen gehen wir drauf dann ist also ja ähm Südsee ok manchmal wünschte ich könnte fliegen guten Tag bitte machen sie sich keine Gedanken ich klettern nur an ihrer Hausrat hoch ach so und diese klar klar für dich ist klar mach nur Norbert naja relax und drücken sie dann machen wir das mal anders warte mal nö ich hab mal vorher Speedplay Assassin's Creed keine Ahnung hab ich noch nicht gespielt das Problem ist da muss man so geschickt bei sein das kann ich nicht ach ja das war ja was das ist nix für mich ja hab ich glaub ich hab das nicht ich hab das gerne gespielt ja öh ok Kiste öffnen ok ich hab die Reliquenjäger Stiefel und den Turban ok ist ja auch schön so weit ja das war eigentlich nur noch das Brustdell oder irgendwie oder öh 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 suchen Reliquenjäger ja der Brustdell fehlt mir noch und der ist sicherlich irgendwo am Aderwelt versteckt sicherlich sicherlich aber äh 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 da anbauen das nervt ja auch überhaupt nicht öh 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 das war jetzt der schnellreisepunkt nach Hause gewesen öh 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 kein Kommentar man nehme besser zur Heilung am Borussia wie Fisch also es ist super ja total super ja das ist super so pass mal auf hier der 6 warum brauche ich denn gleich 2 na ist auch egal ne ich rufe das überlebnis mir richtig so so dann schwimmen wir mal da rüber machen wir einen kleinen Auswecher weil ich glaub die Leute sind so relaxt wie es gern hitt hehehe guten Tag nicht alle ne nicht alle alchemist alchemist 2 alchemist 3 bin jetzt so im alchemisten camp gelandet scheiß bloß auf da sind auch Plünderer jajaj ganz bösartige Menschen jämpfer also jämpfer schlimm ist es künstler das ist immer diese künstler ich glaub ich muss mal schauen weil keine Kiste mehr ach doch doch eine Holzkiste nicht wohl aber ist ja egal Glas Stahlbahn Glowing Essence und zwei richter nimm alles mit hie endlich l Beläge oh ha ho ha ho ha ho 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 kann man farbenlauten ja kann man ouch stygischer sucht meist ab Meist da du kannst du ins rad des Grauens das tekrar sagen ins rate des Grauens gut stufe drei ja hast du eine keule mit nein doch das woche doch ist ich ja nicht warum denn die zwiebeln doch gerne mal eine kann so schwer nicht sein jetzt was stimmt er nicht mit dir ist ja vieles jetzt hast du schon mal die gelegenheit ja ich verstehe das nicht ich verstehe das nicht ja oder sonst so viele mitgenommen hat ja egal woher aber da in der stotterin da habe ich respekt vor das verstehe ich überhaupt nicht also ganz ehrlich okay die kiste 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 gehärtete stahl echt du bist echt so ein kistenjäger hier luther so war schon wie es in die jungs da unten geht ich hoffe besser als ja besser als die amara hat das schmerzen ist cool ja ja klar was jetzt hier die westmauer krieg ich meine haus maul die mauer muss weg hier ach das noch nicht ich möchte nichts sagen lädeln aber 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 da erraten ist nicht benutzt ist nichts drin ne nö gar nichts schade dass man damit nicht interagieren kann ja das ist ja verlust ja dann ich würde ja auch alle platt machen das wäre mir so scheiße geiler glauben und dann was die ganze stadt auf der hätte bestimmt brauchst du nur wahrscheinlich die legitimären kohlen usw aber bis bitte ich ja weißt du ist doch jetzt alles nicht so wild oder hallo erzählen welcher geier hier so rum quakt hier schon seit einer stunde keiner mehr verpackt ja möglich sein irgendwo im felsen drin oder so ich würde nicht mal quaken und aber jetzt gar keiner mehr da ist ein tischer und tischer katsitati sehr schön zimmermann um schütze 1 das ist nicht so kämpfer gerber tag kämpfer kämpfer um schütze tag herr bogen sitze ein boden spitzel alter was interessiert so ich baue mir hier einen wolf ok was brauchst du am wolf ja weiß ich auch noch nicht captain ist so alleine ich will das post noch finden von dem outfit ja wie gesagt irgendwo im dach ja wie gesagt die kisten wo sie jetzt doch keine kisten so ein kleiner holz ständer ist es ja so hast du die gegenstände gefunden aber mit diesem kleinen ständer lernst du das rezept kannst alles reparieren und es selber bauen ok weißt du bescheid ja ich habe einen auftrag ja haha du hast eine mission mein freund jung hihihi wo ba also die musik ist richtig cool darin geil ne fand ich auch total geil bist du gestorben bist bei der bettung wird bis zu dich bin ich nicht tja genau es war keine freiwillige aktion tut mir aber nix hihihi aber nix was seit ihrer kämpfer du schütze 2 wie hoch da und da bist du dir absolut sicher dass es das da oben gibt ja da in der stadt ja hast du das aber auch schon gesehen das ist ganz egal welches let's play du guckst sie sind alle da hinterher ok da unten sind die typen die was mir ich weiß aber nicht welche seite der stadt ja ok also das kack jetzt nicht unbedingt sagen ach du hast andere kiste ach du hast andere kiste ist mein zaun aus der ränderweite oder habe ich den da nicht fertig gemacht du bist naja da die äh ich glaube ich habe den gar nicht fertig gemacht den zaun oben die mauer he das weiß ich nicht ah ok da oben war ich schon gut das weiß dann wir mal da nochmal vorbei guten tag waaaaaaaaaa sie scheinen sehr nett zu dir ich bin im falschen viertel gelandet wie gut ja nur gut dass ich da bei jump and run relativ gut drauf bin hallo wie wir ihn kennen immer schnell so war irgendwas das nächste mal kannst du das boss kroko selber knicken so alles überprüfen wir jetzt warten auch die hof jürger lebt das tue schaut dass es keine katastrophe gibt dass man sich nach unten in die handeln kommen dass man was sich nach unten handeln kann achso alles klar jetzt brauche ich das so um 8 hast noch eine treppe drin zum beispiel wo nur stehen wir sehen da die kann ich ja ich glaube auch nicht okay das lassen wir es mal dabei und dann können wir noch ein paar davon herstellen wenn wir wieder hochgehen ich bin waa sind sie irre lass mich lass mich auf sind sie irre ja aber du bist ja echt höflich ne wir werden noch gesiezt ja ich bin froh sein dass ich ein kauf ihres level hocken kann schönes Viecher mit hab ich da drinnen aufbauen ne ja ja na muss ja auch nicht wir kommen wieder i'll be back hm dich völlig falscher ich könnte die schnellreise funktion nach hause nehmen ja das heißt lass dich töten nö das ist nicht fair äh genau das ist nicht schnell zur reise dann auch ne scheißreise aber ja aber wenn irgendwie immer so tot ist dann geht dann schnell ja ich hör diesen geier hier ist überhaupt gar keiner zu sehen Junge verpatscht da was wir wollen er mault hier rum ein guter durch überlegt ja mal gucken ja das Stein, Metall und bla es wird doch irgendwo wohl bitt ich ihn jetzt ah ok das fragst du mich nicht, oder? egal egal die will da nicht ich klopf einfach mal an ja bei Conan nochmal nö nö oh ne schwarze Schlott du kannst ja sonst auch gerne bei Conan mal in keller gehen nö nö warum denn nö ja so ist ein Killer Server zum Rahmen ja sie werden angriffen echt jetzt? warum? ach was kommt hier ohne? gar nichts gemacht sitz hasso genau ja das Ding baut nicht so schnell wie ich ok ach ja ich lasse jetzt einfach mal quer durch mal schauen was mich als erstes umbringt ja wir werden sehen ja äh was machst du? nö nö irgendein so Skelettfuzzi ach so ach du rennst ja doch schon durch die namenlose Stadt also du läufst tatsächlich nach Hause ja so mhm das ist doch ne gute Sache ouch au ey Junge Junge bleibt geschmeidisch ok ist ja geier ey der hat keinen Blut das ist unbeflig ja haha man lässt gefext was dafür sein Besuch äh ein stehender Drachenskelett irgends was ok dann wo es ist ja so stehender Drache was ja irgendwie so drachenmäßig irgendwie oder sind zwar nimm doch beide ja ich bin gut dabei hahaha au ich sag mal spinnst du ok also vier Pfähle und dreimal draufklopfen weg echt ooooh die kann man relativ kurz bulgen scheine tüdüdüdü ähm ja daneben aha spacko wow wenn er die erwischt der macht damage mhm aber man kann die ganze Skelette irgendwie nicht looten kann man nicht ja nur abbauen mit der Picke oh aber da kriegste Knochen ne oder au ja jede Menge super also bring nun mal Knochen damit das ist in Ordnung hat sich tatsächlich gelohnt oder äh jetzt hab ich ja endlich mal Gewicht vor ah 50% ok ja wahrscheinlich mal genau wo ist du ja das mag sein in Richtung müsste ich denn he 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 hm ich bin sicher bald zu hause sicher früher oder später hm eher später öh und was ist das was ist das was bist du ach so schon wieder ist ein komischer Dino irgendwas Dino das was das was das was der hat drei ach so weil ich kann das kaum verstehen wenn du nur geräusche von dir gibst das macht die sache nicht einfacher ja muss man hier denn an die ja sehr warm gibt's tiere oder äh äh bosse die was gegen pfeile immun sind das weiß ich nicht ne von dem ha ha ah jetzt bin ich wieder in der nähe von brunnen ok ok mal schauen was in der city so los ist geil hm rein ins gemüse hallo jemand zu hause die 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 du hast verderbnis oder nö hast du keinen noch nicht noch noch nicht na und wenn wir haben ja jede menge skelette ok oh ein feuerchen ok so wo ist meine wo ist die ich hab wieder irgendwas an ressourcen in die in die tasche geholt weißt du und hab irgendwo meine Axt abgeschmissen ja ich die Sklavengrube bin jetzt guten tag ach oh nicht so gut sagst du nö versteh ich gar nicht wo habe ich denn jetzt meine Axt gelassen die ich total verblörend bin und ist bitte klar die ist hier nicht hä äh Pumenschutzung 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 nö keine Pumenschutzung ok wiedersehen na wahrscheinlich wo ich den Fahrstuhl geholt hab war natürlich so ich werd mal ressourcen holen aha der komme leben durch die Stadt durch mal schauen mal schauen was ich weniger glaub oder wer weiß wir werden sehen da weiß das schon ok ich hab glaub ich 5 Skelette am hinteren echt ja dann lauf mal und so Boss Boss Skelett Drachen ach schön ja ja mach dann ähm tu mir doch eingefallen dass sie alle da ich hab ich schon gelaufen da jetzt einfach durch die City durch ja ja die sind relativ uncool du bist zumindest unbeeindruckt von mir ich find das sehr 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 unhöflich kann man da so durchlaufen jo vielleicht kann man dann auch so durch die Eni laufen also stehen bleiben würde ich nicht raten wirklich nicht ja dann skillen wir noch ein bisschen Ausdauer ja das bringt aber nichts ja wenn du wenn du ähm wie soll ich sagen wenn du die Bogenschützen sind weil die sind in Höhlen nämlich relativ gern mhm ok also wenn es dir zu eng wird spring einfach im Brunnen runter dann bist du zuhause das ist dein Taxi das ist dein Taxi u liegt von 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 Vielen Dank.